Jetzt lade ich schon, okay. Jetzt soll ich einmal hochladen und dann gucken. Weil die Dinger habe ich halt nur durch Striving Runs zerstört bekommen. Gibt halt noch eine andere Mission, ich weiß nicht, was wir da machen müssen. Aber gucken wir mal. Na, ich flieg mal an einer ran und puffer mal so, dass die rechte Seite... Rechte Seite? Das sie schießt. Ah, okay. Ja, ja, dann nicht. Okay. Oh, ich sollte von der Tür weg, wenn ich hier weggeforce-reacted werde. Ja. Ne, weil die haben halt ultra die Range, Alter. Oh Gott, wir fliegen da noch. Ja, die haben uns hinten die Tür kaputt geschossen. Ja, die hitten uns auch immer noch, das ist das Problem. Ah ja, 5km Range und gefärmen die. Die haben noch 2km. Ja. Ne, die sind ordentlich. Also, Ground Vehicle besorgen und Ground Vehicle Entrance, ja. 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 Ich habe immer noch eine Beside, Alter, sonst schieß es. Ja. Ja, ich hau uns raus, aber erst noch, wenn wir wirklich aus der Misser Ridge sind. Ja, ja. Ich glaube, ob wir im Style abzubekommen werden. Ja, guck, jetzt kommt noch einer. Ja, und? Das gewechselte wäre es nicht so gut gewesen. Ich snipe die weg hinten. Na. Na, du fackst jetzt raus. WTF? Okay, ich habe keinen Impro mehr. Ja. Also, no joke. Kann ich mehr machen. Ne. Keine Ahnung, was das war. Sind wir vielleicht gesofteft? Ne, ne. Waren wir nicht. Also, hier hinten auch? Ja, ja. Wir sind auch nicht... Abandon ship! Abandon ship! Okay, ich bin wieder raus geschworen. Keine Ahnung, was das war. Wir haben keinen Fuel mehr! Nein, nein! Was ist das? Wir sind ja nicht der Fall. Naja, aber wir sind schon zu bleiben. Wann? 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 Untertitelung des ZDF, 2020